Ich bin Anita Farke und spreche die Exoda Blog News. Sonne, Strand und heftige Unwetter auf den Balearen. In den letzten Wochen wurde der beliebte Urlaubsort Balearen von extremen Wetterbedingungen heimgesucht. Während viele Touristen die warmen Temperaturen und die herrlichen Strände genießen wollten, traten plötzlich heftige Unwetter auf, die das Urlaubsparadies in ein Chaos verwandelten. Meteorologen berichten von überraschend starken Gewittern, begleitet von heftigem Regen und Sturmböen, die vor allem Mallorca und Ibiza betroffen haben. Die Unwetter, die in der zweiten Augusthälfte ihren Höhepunkt erreichten, sorgten für Überschwemmungen in mehreren Küstenorten. So wurden beispielsweise in der Hauptstadt Palma von Mallorca und in den beliebten Ferienorten Sant'Antoni und Calaratiada erhebliche Schäden verzeichnet. Die örtlichen Behörden alarmierten die Bevölkerung und rieten davon ab, sich in den betroffenen Gebieten aufzuhalten. Viele Hotels mussten ihren Gästen eine vorübergehende Evakuierung empfehlen, um deren Sicherheit zu gewährleisten. Einheimische und Touristen schilderten die dramatischen Szenen. Berichte von Menschen, die in den Straßen von Palma durch knöchelhohes Wasser warteten, waren keine Seltenheit. Weiter erklärten Anwohner, dass die Straßen unter den Wasserströmungen kaum noch zu erkennen seien. Immer wieder kam es zu Stromausfällen, die viele angrenzende Stadtteile in Dunkelheit tauchten. Die zuständigen Versorgungsunternehmen arbeiteten rund um die Uhr, um die Schäden zu beheben und die Stromversorgung wiederherzustellen. Die Wetterdienste warnten bereits im Voraus vor der Möglichkeit starker Regenfälle und Gewitter. Jedoch war die Intensität der Ereignisse überraschend. Der meteorologische Dienst IMED erklärte, dass es in den betroffenen Regionen außergewöhnliche Niederschlagsmengen gegeben habe. In einigen Gebieten wurden innerhalb von wenigen Stunden die durchschnittlichen Niederschlagswerte für einen ganzen Monat überschritten. Einige meteorologische Experten führen diese extremen Wetterphänomene auf die aktuellen Klimabedingungen im Mittelmeerraum zurück, die als besorgniserregend eingestuft werden. In den sozialen Medien teilten zahlreiche Touristen ihre Eindrücke und Erfahrungen während der Unwetterereignisse. Während einige Nutzer über die bedrohlichen Wetterverhältnisse berichteten, warfen andere Fragen auf, wie die regionalen Behörden auf solche Extremsituationen besser vorbereitet sein könnten. Es wurde auch berichtet, dass es in den wenigen Stunden vor den Anomalien zu beträchtlichen Schwankungen der möglicherweise hohen Temperaturen kam, die viele schon fast auf ein Hitze- und Ferienparadies eingestimmt hatte. Hier ist die Übersetzung des Textes auf Deutsch. Auch die wirtschaftlichen Konsequenzen der Unwetter sind bereits spürbar. Tourismusunternehmen mussten kurzfristig reagieren und zahlreiche Buchungen absagen. Auch Stornierungen bei Hotels und Ferienwohnungen häuften sich. So einige Urlauber haben alternative Reiseziele ins Auge gefasst, während die lokalen Unternehmen hoffen, sich schnell wieder stabilisieren zu können. Der Winter steht unaufhaltsam vor der Tür und die Tourismusbranche ist dringend auf die kommenden Monate angewiesen. Abschließend bleibt zu hoffen, dass die Wetterlage in den kommenden Wochen entspannen wird, damit die Balearen wieder uneingeschränkt genossen werden können. In der Zwischenzeit sind die Behörden gefordert, ihre Maßnahmen zur Bewältigung solcher extremen Wetterbedingungen zu überdenken und die Anwohner sowie die Touristen entsprechend zu schützen. Autor Anita Farke, Donnerstag, 15. August, 2.04. Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen. Dann geht's jetzt